Das ist gut zu tun. Zum Tipp hat man vielleicht schon viel gemacht und sagt man hier selber, das ist wahrscheinlich gut und groß, um nachzudenken, um Passus in das Programm, ich habe eine alternativen Liste reingenommen, der von dieser sexuellen Szene irgendwie aktiv verlegt hat. Das ist sehr klar, da ist viel gesicht. Ich habe es ja nicht zugegeben, aber ich kann nicht mehr in das Programm, aber ich kenne sie auch an, dass wir die Situationen haben, und ich habe es ja auch nicht mehr gemacht, weshalb wir uns beschäftigt sind, das ist belastet, sie weiß, wenn wir uns auf dem Programm haben. Wenn das in den 90er Jahre war, das ist über 20 Jahre her. Wer erinnert sich an die Sache, die vor 20 Jahren geschrieben hat? Das ist eine große Zeit. Ich glaube, das ist eine große Zeit. Das ist ein Wohlfahrt. Der Tag hat die Gäste geholfen. Der Tag hat die Böebräer aus dem Weg geholfen. Das ist ein Wohlfahrt. Der Tag hat er ein Wohlfahrt. Das ist ein Wohlfahrt. Der Tag hat die Böebräerbauern, das ist ein Wohlfahrt. Ja, toll! Ich habe keine Lust auf Politik. Schon gut! Ich kann es jetzt ändern, weil nur die Sender so was bringt. Guck mal, wenn zwischendrin was kommt, aber das ist der Punkt.